Nur zwei Prozent aller Arbeiter und Angestellten besitzen einen Wagen. Die anderen gehen zu Fuß oder fahren so. Kein Wunder, dass der arme Mann nur noch vom Auto träumen kann. Diese Familie träumt auch von einer Ferienreise im eigenen Wagen. Doch der schönste Traum zerrinnt, wenn zurechnen man beginnt. Ja, man müsste auch mit einem kleinen Einkommen sich ein Fahrzeug leisten können. Dann wäre es endlich möglich, auf den eigenen vier Rädern zu reisen und alle Wunschträume Wirklichkeit werden zu lassen. So schön ist es, man glaubt es kaum. Es fand Erfüllung dieser Traum. Ja, alle diese Wunschträume haben Erfüllung gefunden. Erfüllung in der BMW Isetta, dem schnittigen Motocoupé mit dem erprobten 250 Kubikzentimeter BMW Motor, den die Welt bewundert.